Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Skin-Gameplays. Ja, heute mal wieder ein richtig geiler Skin drin gewesen. Der Major Laser! Und wir haben ihn hier sogar einmal komplett. Und wie man sieht, er hat eine Waffe in der Hand und er pickt nicht nur. Also das heißt, wir haben ein richtig geiles Gameplay von dem Jungen hier. Also, los geht's. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Klauch unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator. Klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, dann lassen wir es mal laufen, ne? Oh, Minigun. Minigun. Er ist ein Minigun-Spieler. Okay. Ja, Momentan hier die eine Aufgabe hier vom Launchpad aus, vom Jumppad, dann direkte Nachkills zu machen wahrscheinlich. Na. 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 Und da hat er ihn. Oh Mann. Er sieht schon echt cool aus. Also ich muss echt sagen, der Major Laser sieht richtig cool aus. Gefällt mir sehr gut. Steegle-Spieler. Oh. Er war gut. Was ist das? Das ist die Frage, hat er den unten rechts gesehen? Ja, das war sein Teammate. Reiner Diegelspiele. Jemand, der nur Diegel gespielt hat, aber wir sind übrigens hier Mikrofone vorne. Nächsten Kill für ihn. Ich weiß gar nicht, wie viele Kids der Junge jetzt hier hintereinander gemacht hat. Das Verrückte ist einfach nur, wenn ich mich so hinstellen würde, garantiere ich euch, wäre ich nach kürzester Zeit einfach tot. Hm, jetzt haben wir einen Sniper, okay. Also er will jetzt gar nicht bevorzugt nur Diegel spielen. Okay. Okay. Eieieie, der war gut. 116er. Oh, in der Luft. Stop chasing in all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, schreibt euch die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Skin Gameplays mit mir, den man gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.